Nach dem üblen Crash In der 37. Minute war er mit einem 96 Gegenspieler zusammengestoßen. Der Schock bei den Fans saß tief, als Matthias Ginter nach einem schweren Zusammenprall gegen Hannover vom Platz getragen werden musste. Nun zeigte er erstmals sein verletztes Auge. Fünf Minuten vor der Halbzeit war Schluss für Matthias Ginter. Der Nationalspieler musste in der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 mit einer Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers ausgewechselt werden. Nun teilte er das erste Foto nach seinem Horror-Crash auf Twitter. Ja ich weiß, es sieht alles noch etwas schief aus und das Lachen klappt auch noch nicht richtig, aber ansonsten geht's mir gut.